Warum haben eigentlich Männer nächtliche Erektionen? Und der Grund ist, dass in den Traumphasen dann, wenn wir träumen, der Parasympathikus, also das entspannende Nervensystem, komplett feuert, während der Sympathikus, das anspannende Nervensystem, ruhiggestellt ist. Und auf diese Art und Weise gibt es eine Erektion. Die Erektion ist Training für den Penis, denn ohne regelmäßige Erektionen würden die Peniszellen verkümmern. Das hat also nichts mit einer vollen Blase zu tun, sondern das ist so eine Trainingsgeschichte, damit der Penis funktioniert, wenn er soll.